Ich hab Crystal Meth mitgebracht. Ziehen wir es uns als Vater und Sohn gemeinsam rein. Ist das ne gute Idee? Ich sag dir was, ich fang an. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Ist der Stoff auch sicher okay? Also die Typen, die es hergestellt haben, sind tot. Warum ist denn der Wand da kein Loch? Ich hab Crystal Meth mitgebracht. Jetzt geht's. Jetzt geht's mir besser. Warum ist denn der Wand da kein Loch? Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Scheiße, ich bin kurz vorm Abheben. Und das Glücksbärchen ist nur ein Glücksbär. Und das Glücksbärchen ist nur ein Glücksbär.